Liebe Tennis-Coaches, am 24. März findet die 7. Tennis Forum Schweiz statt. Wir haben wieder ein super Programm vom Kitz-Tennis bis zum Spitzensport. Die innen- und ausländischen Referenten stellen jetzt kurz ihre Präsentationen vor. Es führen verschiedene Wege nach Rom und dennoch möchten wir euch unsere Philosophie des NLZ näher bringen anhand von konkreten Beispielen. Wir Tennis-Coaches sind der Motor der Tennis-Schweiz und es ist wichtig, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen. Mein Name ist Jocelyn Robichaud, Entrainer national, Direktor der Formation des Entraineres hier im Kanada. Meine Präsentation wird über die zwei Hauptprinzipien. Die erste, die Elemente der Säulen, auf die wir hier im Kanada sehr interessieren. Und die zweite, auf die Verwärter der Charaktere, den Stylen des Spiels des Jäuers, in der Zukunft der NLZ näher bringen, dass ihr die Leistungs-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier-Kartier. Cardiotennis ist eine sehr lustige Aktivität, die eine große Gruppe der Spieler auf dem Tennis zu organisieren, im Rhythmus der Musik und an einer kardialen Frequenz. Ihr habt es gesehen, ein super Programm erwartet euch. Sehr vielseitig und interessant. Ich freue mich, viele von euch hier in Biw persönlich zu begrüssen. Bis bald, tschüss zusammen! Bis bald, tschüss zusammen!